Ärgerlich. Äh, komm, dann rücken wir da. So, links ist kaputt. Perfekt, da sind wir weiter als die. In der Mitte sind die einen weiter als wir. Und rechts, äh, haben wir ein bisschen mehr Damage gemacht. Also, relativ gleich auf hier. Kills technisch liegen wir vorne. Und das, obwohl wir einer weniger sind. Das ist eine richtig gute Runde eigentlich. Also, hätten wir keine mehrer noch gehabt, dann, ähm, hätten wir die auf jeden Fall geplättet. Da bin ich mir sicher. Denn wir halten uns so zu viert. Verdammt gut. Nein, uns verdammt gut. Perfekt. Der ist weg. Dann muss ich mich hier mal kurz um die klein kümmern. Einmal schnitzeln. Jawolleck. Ein paar gross, Junge. So, erst mal hier wieder ein bisschen Luft verschaffen. Mich nervt das auch ein bisschen. Ich denke immer, wenn sie so von allein kommen, die Gegner, man hat da noch Zeit, die sind ja noch gar nicht so nah. Und, ja, da pläten sie eine Minionwelle, auf einmal sind sie da. Okay. Gut, ähm, waren sie wohl doch näher und schneller als gedacht. Nicht so geil. Kommt aber vor. Ernsthaft? Das war kläglich. Oh, ich bin auch alleine, sehe ich gerade. So, den Kill haben sie gekriegt da. Komm, den kriegst du auch. Komm, den müsst ihr kriegen. Komm schon, Junge. Okay. Ein paar Minions. So, ein, zwei. Perfekt. Unsere Kill-Liste füllt sich immer weiter. Also, Kill-mäßig sind wir hier echt am dominieren. Aber, hey, was soll das? So, vom Weg zum Sieg, äh, sind wir ziemlich gleich auf. Bräuchte hier eventuell mal Hilfe. Murdoch ist da gerade gestorben, das ist nicht so nice. Schnups. Nein, du holst mich nicht, du mieser Sack. So, ich könnte hier jetzt aber echt Hilfe gebrauchen. So langsam. Dass wir uns um das Problemchen hier vor unserer Hostie mal kümmern. Greystone kommt rüber, Grim kommt. Wir müssen ein bisschen warten. So, jetzt. Wow. Das lief hervorragend. Engage weiter. Engage einfach weiter. Äh, hin da. Was macht der denn hier, Alter? Er schlägt einfach ins Nichts. Okay. Kann man mal machen. Komm, hol ihn dir. Oh. Riskiere es doch nicht. Oh, okay. Gut, dann riskiere es doch. Oh, meine Nase juckt. Okay, er hat ihn gekriegt. Er hat ihn gekriegt. Und den kriegt ihr auch. Alter. Nice. Richtig nice. So. Jetzt holen wir uns hier den Turm, habe ich gehört, Jungs. Das sollten wir tun. Oh. Da kommt das Maschinengewehr. Der Rasenmäher. Der Toaster. Ähm. Jetzt fragt mich nicht, wie ich auf die Kombination gekommen bin. Ich weiß es selber manchmal nicht. So, nochmal einem mitgeben. Alter! Was ist hier los? Lauf. 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 Ho. 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 Alter. Quang, verfolg mich. Quang, verfolg mich. Quang, du miese Bitch. Hör auf damit. Ist er weg? Quang, hör auf damit. Murdoch. Nein. Aus. Aus. Ah. Gut. Da sind wir nochmal davon gekommen. Haben die Mitte geholt. Und wieder ein paar Kills reingesammelt. Hier. 30 zu 14. Wir haben das Doppelte an Kills. Das ist doch sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Gut, dann verkaufe ich hier mal die Karte. Und. Ich hole mir mal erstmal Rüstung. Ich hole mir erstmal noch ein bisschen Rüstung. So. Dass wir noch ein bisschen länger im Kampf bleiben können. Falls nötig. Und das wird nötig sein. Denn da gerade in der Situation hat uns die Rüstung echt ein bisschen den Arsch gerettet, glaube ich. Und unsere Kreisattacke auch. Dass wir nicht da raus hüpfen konnte. Wäre das nicht möglich gewesen. Das wäre. Übel geendet. Das wäre übel geendet. Das war ja auch schon sehr knapp. Das war schon sehr knapp. So. Oh, was haben wir denn da? Das alte Duo. Crunch und Calmera. V-Logs bei Murdoch in der Mitte. Den Kampf wird er verlieren. Er ist nicht geil. Okay. Links haben wir den Inhibitor schon angedamaged. Oh lol. Äh. Das habe ich nicht mal mitgekriegt. Das heißt, ich da... Was macht ihr da, Alter? Du brauchst die Ulti nicht mehr. Steck sie weg. Pack's ein, Junge. Was hat er denn gemacht, Alter? Alter. Oh, Mitte steht noch. Perfekt, Alter. So, Ulti. Kriege ich aber nicht. Nice. Lol, ich habe den Kill gekriegt. Ich habe den Kill gekriegt. Wie? Wie, Alter? Alter, jetzt hören wir auf hier, ne? Ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ähm, ich weiß nicht. Wir sollten uns, glaube ich, sollten wir uns zurückziehen. Sollten wir weitermachen. Alles klar. Wir sollten uns um die Probleme hier kümmern. Ähm, ich bin alleine mit den Problemen. Alles klar. Nicht so nice. Ähm, moin. Ja, wie geht's so? Äh, als ob ich echt davonkomme, Alter. Das ist doch erwerblich, ist das. Erstmal hart einen reindrücken, Alter. So. Und da holen wir uns hier kurz den roten Buff. Mumpf. Im Vorbeirennen mit der A1. Das ist doch nice. So soll es sein. Dann holen wir uns hier nochmal ein bisschen EP ran, dass wir ein bisschen leveln hier noch. Wir haben ja gerade ein bisschen Ruhe. Ja, ich weiß, da hätte ich hier fast den Buff geklaut. Eigentlich wollte ich den haben, aber egal. Soll er ihn nehmen? Und glücklich damit sein. Ist in Ordnung. So, rechts. Okay, die Hälfte an Mana. Ach du Scheiße. Zu dritt. Ernsthaft. In der Mitte zu zweit gerade. Wir sind aber überall, haben wir die schon auf den Inhibitor runtergeboxt. Das ist ganz gut. Das werde ich nicht verteidigen können. Das kann ich nicht verteidigen, Alter. Wie soll ich das denn verteidigen? So, nochmal einen mitgeben. Perfekt. Perfekt. Und der kriegt die. Oh. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh Mann. Komm. Ich will in die Narben. Und jetzt bleibe ich hier an der Kante hängen. Nein. Scheiße. Oh Mann. Den hätte man kriegen können. Wenn ich da nicht an der Kante hängen geblieben wäre. Ei. Hör auf damit. Oh, wie lange man aber auch steht, wenn da so mehrere Minions sind. Bis er da einmal durchgerasselt ist. Hängt schon wieder mit sieben Punkten durch die Gegend. Ist nicht so geil eigentlich. Oh, Alter. Was ist hier jetzt los? Was ist hier los, Alter? Eskalation. Ähm. Problem. Nein. Nein. Ah. Schade. 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 Den hätte ich noch gerne gehabt. Gut. Da sind wir gestorben. Dann nehmen wir mal Rüstung wieder. Ähm. Haben wir noch irgendwas los? Das ist jetzt die Lose. Die holen wir dann nochmal ran. Machen wir jetzt nochmal ein bisschen mehr Schaden. Da sollten wir uns jetzt drauf spezialisieren. Äh. Rüstung haben wir. Wir halten auch gut was aus mittlerweile. Und, äh. Jetzt müssen wir uns auch passen, hier ein bisschen mehr Schaden zu machen. Oh, da hab ich Hubschen. Entschuldigung. Da kam wieder der Rasenbeer. Oh man, oh man, Alter. So. Oh ja. Wir sind ja schon Rang 14. Beziehungsweise schon, weißt ja schon. Aber, auf jeden Fall. Ja, okay. Greystone ist weiter. Aber ansonsten. Genauso weit wie die anderen. Und vor den Gegner. Das ist, äh. Am wichtigsten. Dass man ein besseres Level hat als der Gegner. So, da haben wir noch einen Punkt gekriegt. Das langt hier nochmal für Eingriffsgeschwindigkeit. So. Alter. Jetzt kein Hustenanfall hier, bitte. Das wär nicht so geil. Oh, ich merk das Kratzen. Mama. Kratzen im Hals. Nicht geil. Überhaupt nicht geil. Oh, ich hoffe, das geht gleich weg. Ansonsten muss ich gleich mal ein Stückchen trinken, wenn ich kann. So. Mitte. Wie sieht's hier aus? Ich komme gerade links vor. Alles klar. Der Husten will nicht weg. Dann trinke ich mal kurz. Trinken? Kurzen? Puh. Kurzen Schluck. Aber kann ich gerade nicht. Die kommen hier an. Grimm-Excel, hör mal bitte auf damit, das Camp da zu machen. Grimm-Excel, hör mal bitte auf damit. Und helf dir ein bisschen. Hol dir ihn oder keine Ahnung, was du machen willst. Aber, mach bitte kein Camp. So, ich muss einmal kurz was trinken. Entschuldigung dafür. Ach, so, jetzt ist der Hals auch wieder ein bisschen angefeuchtet. Ach, was ist dran gerade explodiert? Ihr könnt das ja wahrscheinlich auch selbst, wenn ihr... Husten habt oder sonstiges, dass der Hals dann kratzt und dann nicht so geil ist. So, jetzt sind die hier auch bei unserem Inhibitor. Alter, jetzt hör mal auf, Alter. Sonst drücke ich dir gleich einen Dislike rein. Ich darf jetzt keine Witze machen, sonst fange ich an zu lachen und dann kratzt das noch mehr und dann muss ich noch mehr rüsten. Nicht gut. Echt nicht gut. Ich spiele auch schon wieder 14 Minuten, sehe ich gerade. Vor allem, dass man die ganze Zeit auch reden muss, macht es auch nicht gerade einfacher. Und ich merke gerade, äh, die Heizung will nicht mehr powern. Es wird langsam kälter in diesem Zimmer. So. Hier mal schnell ein bisschen Luft verschaffen, dass sie nicht direkt vor unserem Inhibitor stehen. Sondern wir auch ein bisschen Zeit haben zum, äh, intervenieren, falls es sein muss. Surprise, motherfucker! Wie geht's denn so? Hehe. Das, das war easy. Das war easy. So. Links haben wir viele Minions direkt am Inhibitor gleich. Murdoch kommt noch zur Unterstützung dazu, das ist gut. Äh, wir kriegen hier jetzt Crunch. Sind hier jetzt noch zu zweit am Angreifen. Waste und verteidigt Mitte. Und Murdoch muss in links zurück. Okay. Alter. Wir müssen irgendwie mal einen koordinierten Angriff, dass wir da rankommen. Am liebsten würde ich den Damage Buff holen, aber das kriege ich alleine, glaube ich, nicht hin. Äh, den Damage Buff, den Orb, den Prime, den, äh, guten, den richtig guten Stoff wollte ich holen. Oh, oh. Oh, oh. Hey, dude, was los? Was willst du hier machen? Was willst du hier machen? Was willst du hier machen, Alter? Ja? Was willst du tun? Gar nichts mehr. Gar nichts willst du tun. Oh! Da ist ja schon der Inhibitor. Hoppala. So, das ist ganz gut. Wir sind hier jetzt zu dritt dann. Murdoch links rüber. Das ist ja am besten von zwei Seiten angreifen. Hui, ich fliege. Ich muss hier raus. Jetzt hör mal auf, auf mich zu schießen, bitte. So, da treffe ich gerade nichts. Nein! Oh, 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 oh. Die Rakete ist mir unterm Arsch längs geflogen, ey. Das habe ich genau gesehen. Jetzt ziehen wir hier gerade echt die Akku von vier Leuten auf uns. Das, obwohl wir nur zu zweit sind. Das Duell gewinne ich nicht. Das Duell gewinne ich nicht. Das kann ich gar nicht gewinnen. Nein! Ich wollte gerade abhauen. Run! Komm schon, links angreifen, links angreifen. Oh, jetzt kommt Quang da. Nee, Twin Blaster an. Komm schon, du hast sehr viele Minions. Konzentrier dich auf die Minions. Push die rein. Einfach nur die Minions rein. Das sind jetzt so wenige geworden. Das wird nichts. Das wird, glaube ich, nichts. So, wir gehen mal schnell einkaufen hier. Äh, ich werfe die Rüstung mal weg. Und hol mir hier ein bisschen Schaden- und Angriffsgeschwindigkeit. Und als nächstes kommt die dann ran. Ähm, soll ich die schon holen? Könnte ich die eigentlich machen, ne? So, äh, Pfeil-Taste noch unten. Und dann hier ein bisschen mehr Damage rein. So, okay. Zwei bei uns tot, drei bei denen. Und gleich nur noch zwei bei denen. Er steht gerade nur rum. Der braucht gar nicht lange zu kaufen, der Junge. Äh. Wir sollten uns den Orb holen. Ich kann gerade keine Nachrichten machen. Das finde ich blöd. Warum kann man als Toter keine Nachrichten mehr schicken? So. Angreifende Stärkung. Hauptkugel. Wenn wir uns jetzt die Hauptkugel holen, haben wir einen starken Vorteil. Die sollten wir uns jetzt auch ranschaffen. So. Bevor die anderen das tun. Denn dann sind wir ziemlich am Arsch. Sehr am Arsch. So, Jünglings. Dann wollen wir mal. Gib den Prime. Äh. So, den haben wir auch gleich. Alter, ich krieg 52 HP. Wo schlag sie ich gerade. Das ist, das ist nice. Und jetzt kommt der Wave Squad nach links. Zu keinem mehrer. Komm, wo bist du? Wo bist du, geile Schnetzel? Da ist er. Das hat zwar nicht ganz gereicht, aber... Wie schnell der weg war. Alter. Wie schnell der weg war. Wir waren da. Haben einmal zugeschlagen und der war tot. Der konnte ja gar nichts mehr machen. Ach du Scheiße. Das hat gezwiebelt. 251 Schaden mit der Viereck mache ich jetzt. Das ist nicht ohne. Also, das war eine gute Idee, den Prime zu holen. Dann muss ich einfach mal hier... Ja, komm, Quang. Komm noch ein, Kai. Ho, 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 ho. Nice, Alter. Nice. Ey. So, du wärst fallen. Wo willst du hin? Okay, dann verpiss dich. Dann geh ich mal mit. Dann gehen wir mal mit. Dööö. So, Minions. Rein da. Wie wär's denn... Okay. Gut, dann geht's. Ich dachte, ich krieg ein bisschen Unterstützung. Aber... Es sah nicht so gut aus. Aber kein Problem. Haben wir hingekriegt. Der Turm ist down. Wir dürfen jetzt nur nicht alle sterben. Das wär nicht so geil. So, den haben wir auch. Perfekt. Richtig nice. Den Kampf, den können die beiden sogar gewinnen. Okay, Mera ist schon mal weg. Komm schon, holt euch noch Quang. Er trifft grad nicht. Das ist nicht so geil. Dann schalten wir mal auf Greystone. Den holt er sich. Perfekt. Und dann finischen sie auch direkt. Ja, Mann. 47 Minuten gespielt. 4 gegen 5. Guckt euch mal an. Hier, Chimera. Hat einen Kill geholt. 14 Minions geschüttet. Also, der ist sehr früh raus. 10 K... Okay, 30 Kartenmacht hatte er, als er rausgegangen ist. Wie kann er 30 Kartenmacht gehabt haben? Aber nur 14 Minions gekillt. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Aber egal. Hier, 13, 5 habe ich gespielt. 11, 8. 13, 5 hat er auch. 8 Assists. Ja, von ihm brauchen wir gar nicht reden. Aber 12, 4, 50 zu 23 Kills. Und das 4 gegen 5. 47 Minuten 24 Sekunden. Und ja, dass wir das so schnell dann doch noch finishen konnten. Das lag echt am Prime-Mob. Ähm, hätten wir den nicht gehabt, dann wäre das alles ein bisschen schwieriger gewesen. Denn, ähm... Ja, ihr habt ja gesehen, wie schnell wir Calmera geholt haben. Wie schnell wir die Inhibitoren geholt haben. Das ging ja sehr fix. Ja, 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 ja. Tribut zum Öffnen klicken, ja. Gut, Rang 2 sind wir mit ihr jetzt. 6.393 IP. Ei, 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 ei. Wir sind jetzt bei 70.000 Ruf, Alter. Weil mal ein Ruf kaputt geht. Komm, wir öffnen hier mal die Kiste hier noch, die Karten. Ich finde das neue Design auch nice. Dass das hier so... Und wenn man darauf geht, dass das dann schimmert. So grünlich. Aber das könnte vielleicht in der Farbe schimmern, was da drunter ist. Also, hier... Okay, das schimmert wahrscheinlich wegen der, ähm... Seltenheit. Okay, gut. Dann würde ich sagen... Oder wollen wir noch eine Kiste öffnen? Ich meine, ich habe noch 1.000 übrig. Ich habe zwei Kisten schon geöffnet gehabt. Ähm... Haben wir noch so am Abschluss eine Kiste? Nee, komm. Also wenn, dann schreibt den mal, ähm... In die Kommentare und, ähm... Dann holen wir die nächstes Mal. Also, wenn ihr eine Kiste sehen wollt, dann holen wir die nächstes Mal. Schreibt das in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Würden mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.